damit herzlich willkommen zurück und wir sammeln erst mal wieder so ein bisschen hier so ein schock schock kurzem brauchen wir nicht ein bisschen leise auf dem ohr machen sind wir doch nicht so sonst werde ich nämlich gleich taub ich muss mich aber selber hören so ist doch da muss man so ein bisschen fummeln ok super wir gucken noch mal ganz geschwind in unser questmenü was haben wir denn das schön ist aktiv aktiv finde naltuk hauptquest drohender schatten was haben wir da das war die hauptquest stimmt wir haben ja vor der letzten mission haben wir ja wieder angesetzt nebenquests schamanenfahrt tot aus dem himmel altes waffenlager altes waffenlager müssen unbedingt noch mal wir müssen unbedingt das alte waffenlager machen das heißt wir müssen unbedingt jetzt auch hier weitergeben was ist das okay lang als teil array frostfinger sehr merkwürdig sehr merkwürdig aber wir gehen mal hauen wir euch allen ein vor die nuss vor die nuss heilende ocker blüte das nehme für unterwegs mit damit können wir uns schön verköstigen sehr ordentlich was haben wir hier heilende ocker blüte und weg damit da würde ich mich echt drauf freuen wenn man dann mal vielleicht auch mal zusammen bisschen zocken können oder so oder steffen du kommst mal ein wochenende her oder was ne wäre doch cool oder werde mal was neues spielen zusammen oder so auf der konsole zusammen fände ich schon richtig geil machen wir eine riebe was ist das für einer präpariert feindliche maschinen was was macht das ding ich muss echt die kamera noch mal nachstellen das ist mir auch zu niedrig ich muss noch ein Stückchen höher kann man den auch kaputt machen kontrollturm was sagt er repariert feindliche maschine verleiht ihnen schockwiderstand betäubt überbrückte maschinen ok ah das kriegen wir hin pass auf ich will show you ziemlich faszinierend wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden abgetrennt abgetrennt na komm her was da ist n verwüster So. Okay. Haben wir ihn jetzt. Sehr schön. Hauen wir den mal auf die Mütze. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Urea. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruf die Maschinen. Repariert sie sogar. Okay. Das Weck des Dämons. Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetschen. Schau da. Die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker. Gefährlicher. Ich hab so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Hm. Dann weißt du mehr als ich. Durch was möglich. Diese Türme. Waren sie Teil der Verderbnis? Nein. Die sind mir unbekannt. Wie gesagt. Sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Okay. Urea. Ist das nicht das, was in den Handcremes drin ist? Ah ne, das war Urea, ne? Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will. Aber nicht deine. Tut mir leid. Das wäre doch mal was so für die Arbeit. Wenn ich mal wieder mit einem Kunden spreche und er mich fragt. Ja, warum fragen sie denn so viel? Ja, wenn ich nur nutzlose Antworten kriege. Sie haben doch damit angefangen. Schön. Also gut. Du willst die Ausbreitung des Dämon stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Genau. Ja. Ja. Niemals. Wenn ich mit denen fertig bin. Zack. Kontrollturm zerstört. So, was machen wir jetzt? Maschinen vernichten. Maschinen vernichten ist doch meine Spezialität. Wenn ich nicht gerade sterbe. So. Dann brauche ich mal den hier. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschau. Sack. 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 Fuck. Sack. Tschüss. Tschüss. So. Und Schizikowski. So. Natürlich kann man ihn zerstören. Man hat's ja gesehen. Zünder. Was haben wir hier? Sehr gut. Okay. Haben wir da noch was? Ne, das kann ich nicht mehr. Aber ich könnte mal ein paar Pfeile machen hier, ne? Genauso wie hier. So. Was haben wir hier noch? So, ist der Turm? Ist da auch noch was da? Gucken wir mal, ob wir von dem Turm auch noch was kriegen können. Ne, sieht nicht so aus. Ne, da kriegen wir nix mehr. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dem Knaben. Oh, da war noch was. So. Ah, das war der. Das war das Vögelchen. Mhm. Jetzt wissen wir, was mit Maschinen und Türmen zu tun ist. Mhm. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine gehüllt im Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Auf den, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Tu dasselbe. Du verdienst es. Okay. Was ist der Blauglanz? Du sagst was von Blauglanz am Ende der Schamanenpfad? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuq glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Okay. Mhm. Gehen wir mal. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht. Der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein. Sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte. Ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Alles klar. Gut. Gut. Dann haben wir ja jetzt mehr Kryptisches als normales Zeugs gehört. Ähm. Also. Den Schamanenpfad. Gucken wir mal eben auf die Karte. Ne? So. Was haben wir denn hier Schönes noch? Ähm. Wir haben so viele Lagerfeuer noch nicht abgeschlossen. Wir nehmen erstmal hier das Lagerfeuer. Dann haben wir nämlich auch den Vorteil, dass wir bei Gelegenheit auch schnell reisen können. Ne? Das klingt doch nach einem Plan. So. So. Tata da da. Na 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 na. So. Seitdem ich letzte Woche das Spiel hier durchgespielt habe und jetzt bei dem DLC, also bei diesem Addon bin, ähm, muss ich sagen, ist es gar nicht mehr so schwierig. Aber liegt wahrscheinlich daran, weil ich inzwischen ja nicht schlecht wahrscheinlich gelevelt bin. So. Was haben wir denn da? Ach guck mal. Noch was zum Heilen. Ja moin. Ich hoffe ich störe euch nicht beim Essen. Genau. Tschö. Gut. Weiter. Karte. Alter, wo Karte? So. Ähm. Welche Richtung gehen wir denn? Ich hätte gesagt, was ist denn das hier? Langfinger, Frostfinger. Finde den Langheilsteil. Array. Das Langheilsteil. Ah. Okay. Ah. Das brauche ich wahrscheinlich, damit er hier weiter aufdeckt. Okay. Muss ich den also sozusagen, ähm, reparieren. Aber das muss ja hier in den Quests doch eigentlich stehen. Nebenquest. Das ist ein Himmel. Aufträge. Langhälse. Langhals Frostfinger. Das will ich machen. Weil dann kann ich nämlich die Karte weiter aufdecken. Wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert. Ich sag dir das. Und ich liebe die Serie. Ich bin ein Kind der 80er. Ich liebe A-Team. Ich liebe Knight Rider und den Airwolf selbstverständlich. Und MacGyver, wenn man ein bisschen basteln möchte. Rolle Klebeband und Schweizer Taschenmesser muss immer dabei sein. Das ist auch interessant, ne? Wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Sei es eine kleine Tour oder eine große Tour. Habe ich immer so einen kleinen Trankrucksack dabei. Das ist so das Wichtigste drin. So Portemonnaie, Handy, Schlüssel, so das Übliche, ne? Und ich habe tatsächlich immer ein bisschen, so eine kleine Rolle, schwarzes Klebeband dabei. Und tatsächlich ein, ähm, ja ich sag mal ein Taschenmesser. Da ist auch eine kleine Säge dran. Da ist auch ein, ne kleine, äh, Dings dran. So ähnlich wie ein Leatherman muss man sich das vorstellen. Sowas in der Art habe ich immer dabei. Magnum. Aber nur wegen den beiden Hundis. Wegen den Jungs. Zeus und Apollo. Mit Hickey Baby. Ja. Ja. So. Thomas Magnum. Der alte Vietnam-Veteran. Aber ich habe immer sowas dabei. Also einmal eine Rolle Klebeband. Man kann alles mit Klebeband beim Motorrad wieder festmachen. Panzertape. Auch gerne genommen. Scheiße. Und schon ist einer weniger. Ja. Na komm. So. Und noch einer auf die Mütze. Wenn es mit Klebeband nicht klappt. Richtig. Oh, wo habe ich das schon mal gehört? Wenn es mit Klebeband nicht klappt. Ich weiß es nicht, welcher Film das war. Kein Platz mehr. Aber vollkommen richtig. Es gibt doch so ein Ablauf-Diagramm, ne? Wenn etwas los ist, mach Klebeband. Wenn etwas zu fest ist, nimm WD-40. Oh. Aber sowas habe ich immer dabei. Du kannst mit Klebeband ein paar... Ich habe sogar kleine Kabelbinder dabei immer. Du kannst alles damit reparieren. Zumindest um damit bis zur nächsten Werkstatt oder so zu kommen. Sieht intakt aus. Langhälse sind robust. Langhälse sind robust. Ich bin auch robust. So. Das heißt, das habe ich abgefrühstückt. Dann gehen wir doch mal dahin. Ah, wird mir sogar schon angezeigt. Perfekto. Skyscraper. Stimmt. Skyscraper. Skyscraper? Ist das nicht hier, ähm... Ist das nicht mit Rock Johnson? Ja, ne? Das nehme ich lieber mit. Ich mag den Rock Johnson verdammt gerne. Das ist so ein sympathisches Kerlchen. Alter! Was ist denn das für einer? Ein Versänger. Ach, schon wieder so einer. Na komm her, mein Freund. Ich versink dir jetzt auch mal die Butze hier. Ciao. Wow. Scheiße! Fuck! Fuck! Waaat? Hau drauf da! Hau drauf da! Hau drauf! Jetzt kannst du noch einen! Hau drauf! Guck! Alter. Da machst du was mit, du. So, ähm, ich wollte ein paar Pfeile machen. Gut. So, ähm. Oh, da kann ich auch mal ein paar machen. Mit der Loe. So. So, ähm. Erstmal hier, ne, den Auffüller machen. Okay. Da liegt ja eine Kanone rum. Das nehm ich mit. Wie viele hab ich denn? 30. 30. Ach. Was ist denn? Fun. Ja. Oh. 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 die habe ich gar nicht gesehen jetzt kommt schon so was, der Rock ist kogging? kogging? die Waffe aufnehmen alles klar, dann futter du mal ganz wichtig, ohne Mampf kein Kampf wer weiß es nicht was denn hier drin noch schön ist klar blauglanz ist eine seltene und wertvolle Ressource tausche es bei speziellen Händlern gegen extrem starke Waffen und Rüstungen ein das hört sich doch wirklich sehr nice an dann komm doch genau, dann komm doch ach, was ist denn? guck mal, ist auch schon weihnachtlich hier schön im, äh, ne, hier schön Schnee und so, ne weihnachtlich komm dann, lauf schön in die Mine rein komm dann, lauf schön in die Mine rein ciao wow dich krieg ich, mein Freund shit was? so ein mieser Typ so bleib liegen globes hack du schnell mal ein paar auf die Nase hauen hier boah, was ist das denn so dunkel hier? er schneit er schneit kommt all aus dem Haus komm ich da irgendwie hoch na sieht nicht so aus oh ja schön motivieren oh, da ist wieder ne was ist denn da? ah, da kann ich hoch oder? nein wo muss ich denn jetzt lang hier? da bin ich richtig muss wahrscheinlich nur höher Flinderer ah, da geht's nach da geht's nach oben? wo geht's denn da nach oben? ah, hier okay okay was ist das hier? Eisschutz Mist was macht die da? hoch da ach Mist jetzt bleib doch da oben jetzt bleib doch da oben ey, du siehst nicht wo die herkommen das ist doch nicht wahr ich werde doch noch mit diesen Biestern fertig das gibt es doch nicht oh sache mal natürlich kommt man hier wieder nicht weg oh man scheiße fuck alles klar ich hasse Vögel hab ich das schon gesagt?